Untertitelung. BR 2018 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 Die Antifa bekämpft auf der Straße, die Pest beim Verfassungsschutz war Hans-Geob Maaßen, der Chef. Wir sind nicht irgendwelche Zecken. Rechtsradikale erzittern vor uns wie vor den Nürnberger Prozessen. Die Nazis sind nie fortgewiesen. Ihr solltet alle Wolfgang Schorlau lesen. Ob Pegida, Hogeser oder AfD. Wir stampfen braune Kartoffeln zu Kartoffelpüree. Alter, 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 Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Alter, Alter, Antifaschista. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. No, no, no Passaran. Hi, International Brigade. Antifaschist, ever since I've been a baby. It's 2020, still I see no changes. Nazis walkin' on the street here on the daily. It's crazy. In the name of Rosa Parks? No. I can't no longer accept the things that they are. So day for day and bar for bar. I will resist until the day I meet the Lord. Schüsse in Halle, Kassel und Hanau. Rechtes Netzwerk fliegt beim KSK auf. Lifetime im Netz. Lass dich stürm den Reichstag. Die AfD freut sich. Was für ein Scheiß da. Alter, Alter, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Alter, Alter, Antifaschista. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. Alter, 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 Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Kampf den Faschismus, egal wo und wann. No, no, no Passaran. No, no, no Passaran. No, no, no Passaran. 1, 1, 6, 0. Mir egal, radikal. Hass reden überall. Ich komme mit der Gang und boxe diese Basterdsüberfall. Illegal. Straßenideal. Wenn der Kanaküt macht wegen Nazis wie im Hühnerstahl. Leben in Wien. Zwischen nehmen und geben. Wenn die Rechten wählen. Wenn die Wahlen zählen. Doch ganz drauf. Fahr vorbei. Ist mein Wien und die Frappin. Keine 30er-Zone, dass ich rechten Vorrang schenke. Hitlergrubs, AfD, Schläger-Trupps fahren wehen. Buchbürger jubeln, wenn die Nazis durch die Straßen ziehen. Hass reden, Jagd zählen. Abends in den Tagesthemen. Wieder brennen Häuser und Pegida predigt. Kranke Thesen. V-Leute, NPD. Verstrickungen, die endlos gehen. Der NSQ vom Staat gedeckt. Fällig sind Menschenleben. Rechner so wie BRD. Viel zu lange weggesehen. Jetzt sitzen sie im Bundestag. Wie viel muss noch geschehen? Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt weiter, wir schlagen Alarm. Kampf der Faschismus, egal wo und wann. No, 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 Passaran. No, no, Passaran. Alle zusammen gegen den Faschismus. No, 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 Passaran. Keinen Schritt zurück, wir werden nicht weichen. Adios und Kassi, alle zusammen. No, 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 Passaran. Also jetzt mal ganz spekulativ. Angenommen, ich schriebe mal ein Jungen. In dessen Inhalt ich besänge, das ich höchstpersönlich fände. Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann Würde ich zu Kubi-Check den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, Sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch schwer die Krautzone erreicht. Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstweil gedeckt. Also jetzt mal ganz spekulativ. Ich nutze ganz bewusst lieber den Konjunktiv. Ich schriebe einen Text, der im Konflikt mit dem Gesetz behauptet, Gauland sei ein Reptilumid. Und dann genommen der Text gipfelte in einem Aufruf, die Welt von den Faschisten zu befreien. Und sie zurück in ihre Löcher reinzuprügeln. Auch um Löcher anstatt ihnen Rosen auf den Weg zu streuen. Juristisch wer die Krautzone erreicht. Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstweil gedenkt. Vielleicht habt ihr schon mal von Ken Jebsen gehört, der sich über Zensur immer sehr laut beschwert. In einem Text von meiner Band dachte er wird erwähnt und beschimpft und hat uns vor Gericht gezehrt. Er war natürlich nicht im Recht und musste dann die Gerichtskosten und Anwältin bezahlen. So ein lächerlicher Mann, hoffentlich zeigt er mich an, was dann passieren würde, ich kann es euch sagen. Juristisch wer die Krautzone reicht. Doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der Kunstweil gedeckt. Nein, ich wär nicht wirklich Danger, denn wenn ich dich Lust hätte auf ein Experiment. Mal die Grenzen auszuloten, was erlaubt und was verboten ist und will euch meine Meinung hier erzählen. Jürgen Elsässer ist Antisemit. Kubitschek hat Glück, dass ich nicht Bogenschieß. An Reptilienmenschen glaubt nur der, der wahnsinnig ist. Gauland wirkt auch eher wie ein Nationalsozialist. Faschisten hören niemals auf, Faschisten zu sein. Man diskutiert mit ihnen, nicht hat die Geschichte gezeigt. Und man vertraut auch nicht auf Staat und Polizeiapparat, weil der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Weil die Polizei doch selbst immer durchsetzt von Nazis war, weil sie Uri Jalloh gefesselt und angezündet haben. Und wenn du friedlich gegen die Gewalt nicht ankommen kannst, ist das letzte Mittel, das uns sein bleibt, Militanz. Juristisch ist die Grauzone erreicht, doch vor Gericht mach ich es mir dann wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt. Das ist alles von der, 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 alles von der Kunst bleibt gedeckt. Ich bin Kanzler gegen Nazis ohne jede Diskussion. Es gibt für braune Scheiße keine Legitimation. Rechts ist keine Meinung, sondern hört Lust um Ammel. Kleinen Fuß bei den Faschisten, scheißegal, wie laut sie brüllen. Das ist eine Meinung, die Leute, 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir werden ihn bestimmt bald sehen und Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, jetzt sind wir auch wieder zurück und ein Moin Moin an René und an Hoje auch wieder. Schön, dass ihr auch wieder am Start seid. Alle von irgendwelchen Inseln gerade, ne? Mann, 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 Mann. Ja, René ist ja sonst immer beim Arbeiten, aber diesmal hat er frei und... Ist auch nicht da und auf der Insel. Ja, wohlverdient nur, würde ich sagen. Ja, ja, ja. Seid ihr herzlich gegönnt auf jeden Fall. So, wir warten immer noch. Wir haben eigentlich ein ziemlich volles Programm rund um den Anpfiff, wie ihr gleich sehen werdet. Darum sind wir ein wenig verwundert, dass der, dass immer noch nicht aufgelaufen wurde. In der Zeit können wir euch aber noch reinreichen. Schiedsrichter des heutigen Spiels, Dr. Gerrit Brethold. Das ist Alex, sehr wichtig, dass wir das betonen. Der hat nämlich die Doktorarbeit gelesen, aus Interesse und Stalking. Erster Assistent Matthias Klare und zweiter Assistent Elias Ertes. Und einer von beiden ist 16 Jahre erst alt, wurde mir noch zugetragen. Weißt du, welcher... Wahrscheinlich der, der jetzt auf der rechten Seite steht. Also wir wären auch soweit dann. Aber welcher... Ich glaube, wir könnten dann auch, ne? So, und los geht's. Elias Ertes ist der 16-Jährige. Genau, auch nochmal kurz erwähnen, einfach nochmal die Einlauf-Kids heute, der 2016er-Jahrgang. Herzlich Willkommen, da haben wir dann zum Spiel Altona 93 gegen FC Türke. Hier zum 25. Spieltag der Oberliga Hamburg. Der ist immer komisch, weil wir haben ja noch gar keinen 25. Spieltag. Ja, das stimmt. Es sind natürlich ein paar Spiele ausgefallen und so. Es ist natürlich alles ein bisschen, ja, komplizierter, aber ja... Es ist trotzdem der 25. Spieltag. So ist es. Die Einlauf-Kids haben auf jeden Fall auch Bock, da zu bleiben. Ich glaube, die wollen gerade nicht mehr zurück. Ah, doch. Kleiner Wettlauf wieder. Die sehen auch nach 2016 aus. So, und jetzt gucken wir mal, was da entrollt wird. Es ist gar nicht so einfach, wie man das denken würde. Aber Andi, als professioneller Trainer, ja, wenn sie sich jetzt noch umdrehen, dann ist es sogar auch richtig. Was ihr jetzt noch nicht seht, aber ich kann euch schon mal einen Hintergrund sagen, worum es geht bei dieser Banner-Aktion. Es gab einen rassistischen Übergriff in der Kriegsstraße und da ist es sehr wichtig, dass wir als Verein uns auch dagegen positionieren. Ein Kinderwagen wurde verbrannt und Hassparolen von der AfD wurden an die Tür geklebt. Das heißt, es ist auf jeden Fall klar, wo es auch herkommt. Da solidarisieren wir uns auf jeden Fall mit den ganzen Betroffenen. Es wurde für die Familie auch schon gesammelt. Es ist jetzt ein bisschen länger her. Es gab da auch Kundgebung. Uns ist einfach nochmal wichtig zu sagen, dieser Fall bekommt jetzt gerade die angemessene Aufmerksamkeit. Aber viele rassistische Übergriffe sind alltäglich und bekommen diese Aufmerksamkeit nicht. und möchten an der Stelle auch nochmal aufrufen, hinzusehen. Genau. Da wurden schon Gespenden gesammelt. Der Rest geht an die Empowerment von Hamburg Arbeit und Leben. So, damit haben wir das dann auch abgehakt. Ich glaube, das Banner wird jetzt auch noch schnell eingesammelt. Der Schiri wollte, glaube ich, gerade nochmal, ja, dann zeigst du doch nochmal hier in die Richtung. Ja, kann man nicht oft genug zeigen. Ja, kann man nicht oft genug zeigen. So was ist dann immer, wir waren ein bisschen, haben uns, haben die Abstimmung davon ein bisschen mitbekommen. Das ist dann immer doch relativ chaotisch beeilt oder sowas. Ja, bis dann auch alle wirklich im Bilde sind und wann und wie und wo und so und wie dann das wieder zurückkommt. Aber, ja. Es hat geklappt. Es haben viele Leute gesehen. Wir freuen uns jetzt auf das Spiel. Ja, es gibt auch noch eine kurze Schweigeminute. Also, da kommt noch der nächste Punkt hinten dran für Andi Brehme. Die hätte ich schon fast vergessen. Hat lange bei Barmbeck-Uhlenhorst gespielt. Kommt auch aus der Jugend. Also, kommt auch aus Hamburg. Und dementsprechend gibt es noch eine kurze Schweigeminute. Ja, es ist noch eine kurze Schweigeminute. Okay. Und die sind noch die kurze Schweigeminute. Sehr schön, auch noch ein Moment der Ruhe Genau, ich finde das immer ein bisschen weird, das war jetzt in den Medien tatsächlich gar nicht so präsent, wir wussten es ehrlich gesagt auch erst fünf Minuten vor dem Spiel, dass diese Schweigeminute stattfindet und ich hoffe, dass das vielleicht auf der Gegengrade sich dann auch ausgebreitet hat, aber ansonsten werden da jetzt wahrscheinlich viele Leute stehen und fragen, in welchem Zusammenhang das jetzt steht Genau, also für die Leute im Stream besser informiert, Schweigeminute für Andi Brehme Damit jetzt aber zum Spiel, Aaron, oder? Kommt jetzt noch was? Ja, good afternoon to Hermann, das kommt jetzt noch Hermann, Hermann ist auch da Nice Ja, der hat gerade bei deiner Aufzählung auch noch gefehlt, der üblichen Verdächtigen We already missed you, Hermann Dann sind ja jetzt wirklich alle da und es kann losgehen und ich kann es ehrlich gesagt kaum noch erwarten dass es endlich losgeht Ja, ich glaube einmal sozusagen zur Einschätzung wir gehen hier auf jeden Fall als Favorit rein rein tabellarisch, aber auch von der Form her Türki, echt die letzten Spiele nicht so gut gewesen Wir haben dafür schon seit sehr vielen Spielen ungeschlagen Unsere letzte Heimspielniederlage war gegen Dassendorf letzte Ostern, also es ist auf jeden Fall schon richtig lange her Und wie erwartet scheint es sich auch zu einem 4-2-3-1 zu sortieren Jetzt kommt sogar noch ein zweiter Ball Aber wir haben heute viel Zeit Ich glaube, alle haben richtig Bock Vielleicht noch ein, ihr könnt es hier jetzt gerade im Bild ein bisschen sehen Die Spuren im Rasen Das wird heute nicht einfach Ich glaube, unter der Woche waren sich da auch alle nicht so ganz sicher, ob es stattfinden wird Ich meine, es hat dann ein bisschen die Sonne geschienen Aber ich war vorhin selber mal auf dem Platz Der schmatzt auf jeden Fall Ja Ist auf jeden Fall tief Alex geht gerade rein, dass der Türke, was ist das, Manager Gesagt hätte, dass Berkan Allgern heute nicht spielen würde Naja Man kann es sich ja auch nicht immer raussuchen mit dem Spielen tatsächlich Los geht's Wir spielen von rechts nach links in den gewohnten Farben Türke mit schwarzen Trikots Ja, und alle stellen sich so auf wie wir es erwartet haben Weli macht mal den ersten tiefen Lauf Ja, da haben wir schon mal ein bisschen Platz Aber dann geblockt Ja genau, ich war gerade stehen geblieben beim Gegner Also die haben 14 der letzten 15 Spiele verloren Also ich glaube, da kann man dann schon auch irgendwann mal von der Krise sprechen Weißt du, seit wann ein Netzband wieder am Start ist? Seit November Okay Also man müsste davon ausgehen, dass er eigentlich wieder Er hat schon wieder sieben Spiele gemacht aber bisher nur ein Tor Ja Das heißt, ist natürlich auch schwierig Der war glaube ich ein halbes Jahr raus oder so Ja, dann auch wieder so reinzukommen Ja, das ist das Gegenteil Du hast es ja schon angesprochen Bei uns Rasmus Tobinski Mit dem habe ich Ich glaube, ich hatte das Interview sogar geführt Ganz am Anfang, als er zu uns stieß Wo er gesagt hatte, er will der Mittelstürmer werden Und dann hat es lang gebraucht Ich glaube, der hat in der Liga Sowas wie fünf Spiele gar nicht getroffen Wenn er reinkam Und jetzt in den letzten Spielen läuft es richtig Ich glaube, gegen Alsterbrüder hat er auch getroffen, richtig? Korrekt, doppelt Also der hat seine Versprechen da wahrgemacht Ja, also in den letzten vier Spielen hat er fünf Tore gemacht Zwei beim ETSV und bei Alsterbrüder und noch eins bei Tornisch Das war, also mehr Tore als Spiele ist tendenziell, würde ich sagen, immer gut Wir warten mal heute Abend ab Oh, oh, oh Habt ihr es gerade schon gesehen? Luis Hacker ist da auf jeden Fall schon richtig hin und her gerutscht Gerade auf der Seite da hinten, vor der Gegend gerade, habe ich das Gefühl, da ist der Platz besonders tief Abuja bleibt hängen Pascal setzt nach Ja, wir bleiben da vorne giftig Also ich finde, man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass wir da was wollen Ja, genau, da ist vielleicht noch spannend Im Tor bei Türk hier ist Mihailovic Wir hätten da jemand anders erwartet Ja, Tobias Braun, aber der ist auch schon länger verletzt Ja, ehemaliger Keeper von Altona 93 Mittlerweile, da war das schon vor drei Saisons oder so Nee, mehr Mehr noch Das war eher so 2018 oder so Ich lass mich doch nachgucken Entschuldigung Ist doch alles vorbereitet Entschuldigung Ja, ich weiß das dann immer nicht auswendig Müsste ich auch nachgucken Der kam 2020 bei Cordy und ist 21 zu Lohbrücke gewechselt Den lag ich nicht so daneben Ja Genau, ist ein sehr erfahrener Keeper Der auf jeden Fall da eine große Ruhe ausstrahlt Wir mit der ersten Ecke Ist auch am Start, ich hab ihn schon kurz gesprochen Grosche kommt kurz Bringt ihn rein Und die nächste Ecke Ja, aber kann man mal machen War ein guter Versuch, würde ich sagen Weil gerade wenn der Ball da so gefährlich von Keeper kommt Da muss nur irgendeiner irgendein Fußteil oder irgendein Körperteil reinhalten Und dann kann der auch mal gut reingehen Und der wirkte jetzt bei der ersten Aktion auch mittelsicher Als er das erste Mal in Bedrängnis kam Und den Ball da direkt ins Aus Buxieren musste Steigt keiner von uns hoch Aber vielleicht nochmal die Nachschussgelegenheit Grosche Amel Abseits wird angezeigt Pascal Jetzt ist er drin Der zählt Zählt Hä, warum Was war das denn jetzt Dann irgendwie haben sie dann gewartet Und dann geht es dann doch klar oder geht nicht klar Warum zeigt der dann Abseits Hä Ich glaube er hat Also das war jetzt wirklich großes Chaos Was war denn das Also Grosche legt raus Amel nimmt ihn an Anscheinend kein Abseits Legt ihn in die Mitte Pascal Macht ihn irgendwie nicht rein Und Bauer haut ihn dann rein Aber was war denn das von Pascal Also Oh wow Also ich bin sehr sehr froh Dass der reingegangen ist Das Aber das war Absolut wild Ich hatte das Gefühl Pascal hat mehr auf Lienenrichter geachtet Als irgendwie aufs Tore schießen Und dadurch kam dann irgendwie So eine Gurke dabei raus Ja ich glaube Die 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 Hälfte Es wurde halt nicht gefiffen Die Hälfte Die Hälfte hat weitergespielt Die Hälfte dachte Ah ja Abseits Die nehmen wir Die Frage ist halt Vielleicht war halt jemand anders im Abseits Aber nicht Amel Äh ja Scheißegal 1-0 Ich hab da gerade auch ehrlich gesagt In der Wiederholung Nicht nochmal drauf geguckt Aber da werden wir später noch Zeit für haben Ja Was ein Tor Und was für ein Einstatt Wieder von Gideon Bauer Ja ich bin sehr froh Dass wir jetzt hier früh Das 1-0 machen Weil gerade auf so einem Schwierigen Rasen Kann so eine kämpferische Mannschaft wie Türki Kann sich da so richtig Das Spiel reinarbeiten Und das ist direkt mal Eine Ansage Wir sind auch da Wir wollen heute Tore schießen Da ist der erste Zahn Schon gezogen Kann man mal so machen Ja also von Von Bauer auf jeden Fall Dann auch Äh ohne Ohne Furcht Einfach drauf gehalten Wir haben heute leider Keine Coach Cam Da hätte ich auch ehrlich gesagt Adi Bergmann Gerne einmal gesehen Wie er währenddessen rumgehampelt ist Ah ah Ja ich hab ehrlich gesagt Da schon mit gerechnet Dass das jetzt Abseits ist Ja Aber Dieter Billerbeck Sagt es richtig Abseits ist Wenn der Schiedsrichter Abseits pfeift So ist es Ganz genau Das ist schon die alte F-Jugendregel Aber ein starker Einwurf Nachschuss Bauer Na der war jetzt nicht Platziert genug Und moin auch An Presslufthammer Und an auch Sebastian Dich hatten wir glaube ich schon Oh und Hermann He has a family connection To Hamburg So there is one more reason To visit us So come by I would really like to Meet you in person Because you are always in the chat Na ja gut Den haut er direkt raus Ja vielleicht können wir Apropos Trainer Cam Auch nochmal kurz Auf den Trainer von Türki Eingehen Erhan Albayrak War früher Profi Ist jetzt auch erst wieder Seit einem Spiel Bei Türki Trainer war davor In Bremen Glaub ich beim Verband Bei der U16 Trainer War aber auch schon mal Trainer bei Türki Ja ist auf jeden Fall Ein erfahrener Mann Der da Ja den Klassenerhalt Irgendwie sichern soll Und Grüße auch an die Person Die bei Twitch zuschaut Ah das ist unser Das ist unser Stadionsprecher Okay also wir haben auf Twitch Ein Zuschauer Und das ist Emra Hallo Emra Herzlich willkommen Auch nochmal im Stream Auch wenn du neben uns sitzt Das ist Schick das halt mal jemandem Digga warum gehst du denn da rein Und schickst das niemandem So was ist das denn Ja da freut es mich Auf jeden Fall dass wir bei YouTube Ein paar mehr Leute Als nur Emra haben Meinst du der guckt auch noch Bei YouTube gleichzeitig Also wir haben bei YouTube Glaube ich weiß ich nicht 120 Zuschauer oder so Vielleicht hat er 120 Mal den Tab offen Auf YouTube So ein Wurf für uns Und wir können so Fröhlich vor uns hin Schwadronieren Weil es die ganze Zeit Nach vorne geht Also Ja Gibt nichts zu beschweren Ja ich wüsste noch Also war War der Ball schon mal Länger als 10 Sekunden In unserer Hälfte Gefühlt nicht Ja also die Heatmap Ist gerade ziemlich rot Auf Seiten von Türki So Einwurf Krosche Wieder ein langes Ding Aha Tobinski kommt nicht ganz ran Schade Kriegen sie erstmal geklärt Und Seibu macht sicher Hinten rum Aber man sieht schon Der Ball holpert da Das ist echt eklig Als Torwart Ja und da Bei so Rückspielen Das kann natürlich Also wenn die aufs Tor kommen Da muss man jetzt richtig aufpassen Das haben wir ja alle schon In der zweiten Liga gesehen Was da passieren kann So der nächste Einwurf Ich hoffe Krosche macht den Wieder soweit Er zeigt schon an Normalerweise ist die Taktik Ja eigentlich bei solchen Einwürfen Immer dass vorne einer steht Und verlängert Aber Krosche macht den Einfach direkt soweit Da brauchen wir überhaupt Niemanden der verlängert Sondern der bringt den Direkt auf den Elferpunkt Wie angekündigt Ja Bauer Kommt nicht ganz ran Schon schon und nimmt nochmal Krosche mit Jetzt kann er nochmal Mit dem Fuß bringen Auch eine gute Flanke Bauer in Rücklage Da ne Meinst du der macht heute noch Sein zweites Ja Gidi ist heiß Ja das war natürlich schwierig Also da hätte er Hätte er dann ordentlich Richtungen auch machen müssen So jetzt wieder sortieren Die Viererkette steht wieder Ja weil Saibu war da auch Auf der falschen Seite Und greets to the friend Marcus From Greece Und Pascal Ah er kriegt den Ball Nicht mitgenommen Da hat er nicht damit gerechnet Dass der wieder so springt Weil er wahrscheinlich dachte Okay auf dem Rasen Der rollt dann so gefühlt weiter Aber eigentlich wieder ne gute Ne gute Aktion Gut reingebracht Pascal muss den einfach nur Unter Kontrolle kriegen Aber wir sind da Ja es sah so ein bisschen so aus Als würde er damit Noch einen Schritt gehen wollen Also der stand nicht da Und wollte ihn einfach Reinkloppen Sondern der wollte Den nochmal mitnehmen So nächster Anlauf Giorno Macht es nochmal hinten rum Amel Legt rüber Saibu Jetzt soll es abseits gewesen sein Ja Da gab es auf jeden Fall Viele Beschwerden Von der Gegengerade Deswegen stelle ich das jetzt Einfach mal in Frage Ja Das kann gar kein Abseits gewesen sein Also wenn die Leute Sie sich auf der Gegengerade Beschwerden Dann muss es Die sehen es ja am besten So wir haben wieder direkt den Ball Türki hat da echt keine langen Ballbesitze Die probieren es dann schnell irgendwie über Netzband zu machen Aber bisher auch noch nicht wirklich erfolgreich Dubinsky verlängert Wir spielen jetzt sehr schnell nach vorne Ja Guhua Ja der hat sich aber gut reingeworfen Ich glaube Sarah Charles Aber bald schon wieder bei uns Spielaufbau über Grosche Und über Dennis Lohmann Ja gefühlt hat Luis Hacker hier am meisten Probleme auf dem Rasen Obwohl er den eigentlich schon kennt Ja Pascal Kommt noch an den Ball Kriegt er noch Ja Ja Hat er es irgendwie Aber er setzt gut nach Stark Ja muss er dann auch machen Gibt ihm noch einen Spruch mit Oh grüße auf jeden Fall auch an Renés Mutter An der Stelle Und grüße natürlich auch Skoll Von der Nordküste Dänemarks An Jens Ist da jetzt schönes Wetter Bei uns war es heute Vormittag so schön Mittlerweile zieht es ein bisschen zu Ich hoffe Uns erwischt hier beim Spielen nichts mehr Ja also dann wird der Rasen auf jeden Fall noch schwieriger Wenn es jetzt noch anfängt zu regnen Na ja Nach der ersten guten Viertelstunde Wie du gesagt hast Auf der Seite an der Gegend gerade auch schon einige Spuren mehr Aber auch hier vorne Wie seht ihr es auf der rechten Seite Ist er auch schon gut in Mitleidenschaft gezogen Oh Da kommt er durch Lohmann ist da Schön Schön Er war zum Glück direkt auf den Keeper geschossen Aber da war die Chance da für Pekin Buja Passt gut auf So jetzt hat Türke sich nochmal ein bisschen festgespielt Aber jetzt müssen sie es auch wieder hinten rum machen Aber es zeigt auf jeden Fall Unachtsamkeiten werden auch von Türke bestraft Da sollte man sich nicht zu sicher fühlen Nur aufgrund der Statistiken die du vorhin schon genannt hast Buongiorno Geht durch Ah schade Außen nach Veli Wieder zu Buongiorno Und Veli macht es einmal Hinten rum Während wir gerade hinten rum spielen Aaron Möchtest du mir noch was erzählen Wie war es denn bei Alsterbrüder Wie war die Bierversorgung Die Bierversorgung war okay Spiel Es gab Würstchen Eben Brötchen Das war auf jeden Fall auch ein großes Highlight Das ist ja für dich schon mal die halbe Miete Das einzige Ding war Dass wir in der ersten Halbzeit echt nicht gut gespielt haben Alsterbrüder stand einfach sehr sehr tief Und wir sind da überhaupt nicht durchgekommen Es gab irgendwie keinen Weg Wie wir irgendwie es geschafft haben Da irgendwie nach vorne irgendwelche Chancen zu kreieren Und dann haben sie auch zuerst getroffen Genau Und dann haben die halt das Tor gemacht Hatten sogar noch die Chance noch auf ein zweites Tor Das war dann aber zum Glück Abseits knapp Ja und zweite Halbzeit anderes Spiel Wir haben die Kontrolle übernommen Wir haben nach vorne gespielt Wir haben uns Chancen kreiert Da hatte Alsterbrüder dann echt gar nichts mehr zu melden Deswegen haben wir am Ende auch verdient gewonnen Aber die erste Halbzeit war schwierig Jetzt, oh Wird gepfiffen, gut Aber war es die Halbzeitansprache Oder war es Wechsel Wie ist das vonstatten gegangen Dieser Wechsel Eine Mischung würde ich sagen Also Veli hat mir in der zweiten Halbzeit sehr gut gefallen Der kam in der Halbzeit rein Also würdest du sagen Heute vielleicht auch ein bisschen ein Goodie dafür Dass er so eine gute zweite Hälfte gespielt hat Könnte ich mir vorstellen Und auch einfach taktisch Also man hat auch gerade dann gemerkt Dass wir einfach ein bisschen mehr nach vorne pressen Und dann haben sich auch die Räume mehr ergeben Wir sind mehr über das Eins gegen Eins gegangen Auch mal über Außen Das haben wir uns in der ersten Halbzeit kaum getraut Sondern haben es immer probiert über Pässe zu regeln Aber dass elf Mann so hinten dran standen Gab es da überhaupt keine Passwege Ja Und durch dieses Eins gegen Eins Haben wir uns Wege frei gemacht Ja, die ist ein bisschen zu lang die Flanke Haben wir uns Wege frei gemacht Und Platz geschaffen Und dann haben wir am Ende 3-1 gewonnen Ja Verdient würde ich sagen Sticker TV Der nächste Brasilianer hier Der anfeuert schon wieder Von der ganzen Welt gucken sie uns zu Freut mich auf jeden Fall immer Ja, wir leben in weirden Zeiten Dass Oberliga Hamburg International geguckt wird So Thanks to all our international viewers It's kind of weird That Oberliga Hamburg Is such popular international Aber das letzte Mal hat uns ja auch schon Ein Zuschauer Darüber berichtet, dass es da auch Ganz wenige Wettportale gibt Und dass vielleicht auch deswegen einige Leute Das stimmt Das war auch eine Möglichkeit Ja Ja Ja, das Spiel flacht gerade wieder so ein bisschen ab Türki probiert ein bisschen mehr die Kontrolle zu übernehmen Die haben jetzt ein bisschen mehr Ballbesitz Aber so richtig Durchkommen tun sie auf jeden Fall nicht Die tun sich da auf jeden Fall immer noch schwer Ja Boah, das war jetzt gefährlich Oh Da muss den Muss Saibu zumachen Ist es kein Foul oder was? Nein Da ist der Ausgleich Von Pekin Ja, Saibu geht da irgendwie ins 1 gegen 1 Aber kommt nicht ganz hin Lohmann geht dann auch hin Fordert das Foul Da wird jetzt auch noch das diskutiert Aber wir sehen Saibu orientiert sich jetzt auch richtig Ja Ja, ja Er macht eigentlich zu Aber das darf nicht passieren Das darf nicht passieren Da ist eine Fehlabsprache Also entweder Lohmann geht hin Oder Saibu wäre noch rangekommen Also er versucht den da abzulaufen Weißt du Und das Also wenn du abläufst Dann musst du 100% sicher sein Ja, aber ich würde auch behaupten Dass Lohmann dran war Also ehrlich gesagt Sah das für mich schon so aus Als hätte er eine Hand am Ball Und wenn er eine Hand am Ball hat Und dann haut ihn einer raus Also deswegen die Ja Eine knappe Kiste Aber ich kann schon auch verstehen Dass Dennis Lohmann sich da beschwert Muss ich sagen Ist natürlich trotzdem ein guter Ball Und ich würde halt sagen Jetzt hat er die Hand Ja, es ist knapp Es ist knapp Und wir müssen ja gar nicht In die Situation kommen Also das ist Ja, da sieht man Man darf Türke hier nicht unterschätzen Die können auf jeden Fall kicken Und gerade diese schnellen Bälle In die Spitze Das ist glaube ich Deren Weg Wie sie es heute machen wollen Ja, da sieht man sofort Wenn er gehalten wird Da rutscht man ganz schnell weg So, jetzt guter Ball Auf Pascal Jetzt abseits Abseits, ja Ich wollte gerade sagen Das Da stand er aber weit vorne Beschwert sich auch keiner Ich glaube das geht in Ordnung So, jetzt Türke hier wieder Die probieren es wieder Aber der wäre schon wieder durch gewesen Ja, der ist da genau in der Schnittstelle Zwischen Bauer und Saibu Pekin, der ist da gefährlich Also da kannst du den auf gar keinen Fall Alleine stehen lassen Wir haben auch nicht so eine gute Historie gegen Gegen Türke Alex hat sogar gesagt Angstgegner Also es gab auf jeden Fall In sieben Spielen Dann Zwei Siege Für Altona Ja Klopp raus Zwei Siege für Altona Zwei Unentschieden Und drei Siege für Türke Da gab es vor allen Dingen So ein ganz bitteres Ding Letzte Saison Kurz vor der Weihnachtsfeier Wo dann auch noch einer von Türke Noch vom Platz geflogen ist Weil er Weil es da noch einen Schlag Ins Gesicht gab Also es war ein ganz unschönes Spiel Da war der Platz auch tief Ja Aber bei Türke ist der Platz immer tief Auch im Sommer Welcher? Beide So Grosche Hinten Hinten Ist der auf dem Platz Aber trotzdem ist ein starker Kopf Weil wer da hochsteigt Und auch noch in Rücklage Den trete er eigentlich Mega gut rein Das wäre Einfach dann Pech Ja Und Pascal Wollte es dann ganz schön machen Aber Dafür hat die Zeit Dann nicht gereicht Aber der Gegenstoß War dann schon wieder Super gefährlich Ja Ja da müssen wir Super aufpassen Da spielen sie Einen langen Ball Schnell in die Spitze Und dann Immer den richtigen Ton Um da zu schlichten So Den kann man eigentlich auch einfach direkt machen Ist jetzt die Frage Wer den schießen darf Giorno legt ihn sich hin Soleimani ist aber auch da Boah Gut geschossen Aber auch gut gehalten Muss man sagen Aber den bringt er stark aufs Tor Der ist gar nicht so einfach zu halten Weil den sieht er nämlich auch erst richtig spät Eigentlich erst als er am Mauer vorbei ist Da seht ihr es nochmal Ja Und er macht dann die sichere Variante Und faustet ihn einfach zur Seite So Ecke kurz ausgeführt Ja Grosche Ja Müsste aus dem Rückraum schießen Macht er auch Aber leider nicht Nicht platziert genug Ja es ist eine schwierige Phase beim Spiel Weil es ist so Wie viel will man jetzt nach vorne pushen Weil anscheinend Die machen ja Sehr schnell Die werden sehr gefährlich Wenn sie dann Kontern Das heißt man will jetzt auch nicht einfach mit allen stumpf nach vorne schieben Aber trotzdem habe ich das Gefühl Wenn wir sie vorne einschnüren Dass wir da auf jeden Fall überlegen sind Und dass sie dann nicht wirklich wissen wohin mit dem Ball Pascal geht gut hinterher Und holt den Einwurf raus Musst du mir gerade den Pekin nochmal ein bisschen angucken Weil ich den jetzt bei zwei Aktionen schon ganz spannend finde Der ist 18 Kommt aus der U19 von Türki Hat bisher elf Spiele für die erste Mannschaft gemacht Und anscheinend noch gar nicht getroffen Also heute ist es auf jeden Fall auffällig Ja Hat er einen guten Tag heute Ja Jetzt stellen wir sie da hinten zu Ah Willi dann schade Weil das sind glaube ich genau die Situationen Wenn wir sie zustellen Dann wissen sie nicht wirklich wohin Und wenn wir dann den Ball gewinnen haben Dann ist der Weg zum Tor halt auch nicht mehr so weit Ja Aber man hat echt das Gefühl Das Spiel schläft ein Der Chat schläft ein Wir schlafen ein Das ist gefährlich Sag doch mal was Haltet uns wach Was haltet ihr vom Platz? Ja Findet ihr den schön? Ja Vielleicht ist es dann auch ein Moment Nochmal Ein paar Infos loszuwerden Zum Beispiel das Ah Gianluca Jetzt kann man aber mal glaube ich eine gelbe zeigen, oder? Ja Schiri belässt bei einer Ansprache Aber das ist auf jeden Fall mal wieder glaube ich Eine gute Position für Gianluca Das ist eine ähnliche Entfernung wie eben Diesmal ein bisschen auf der anderen Seite Aber den kann er trotzdem gut bringen Hat der auch schon das ein oder andere Mal für uns getroffen So, diesmal steht er auch alleine da Das heißt, es ist klar, dass er schießt Schiri ist mit der Mauer noch nicht zufrieden Stark Aber dann leider auch daneben Aber den zirkelt er richtig gut über die Mauer Guckt sich da Guckt sich da Eine Ecke aus Ja, Pascal hat versucht da Mit Peke ein bisschen wegzuschieben Um da das Loch aufzumachen Hat gesehen, dass es linksrum funktionieren würde Ja, der nächste sitzt, würde ich sagen Ja, Grüße auf jeden Fall auch an Michael und Cheers from Enskede From Sander Cheers back Aber gerade eben die Unsicherheit des Torwarts Wieder ein Indiz dafür, dass man den auf jeden Fall angehen sollte Ja Wobei er den Freistoß stark gehalten hat, muss man sagen Ja, ich glaube, sein Problem ist eher mit Ball Schauen wir mal, was er mit Ball macht Ein bisschen Druck machen Ja, da rutscht er auf jeden Fall wieder weg Ja, und wir haben den Ball jetzt Also Aber ja, jetzt rutschen gerade alle weg Das ist aber auch echt Diese Ecke da hinten, die ist Ja Schwierig zu bespielen Ja, du kannst ja nicht absperren Das muss man jetzt als taktisches Mittel einbauen Jetzt werden hier schon die Hacke-Tricks ausgepackt Von Türkat Und gibt's einen Wurf Altona, oder? Ja, nee Nein Schade Andersrum So, Lohmann hat den Den Falten nachzuurteilen, würde ich auch sagen Der Linienrichter auf unserer Seite ist der 16-Jährige Ja Siehst du Falten auf die Entfernung, oder was? Nee, ich hab vorhin Vorhin hab ich die mal kurz gesehen Dubinsky verlängert Pascal Lustig drüber Dammit Und da kommt Mihailovic noch ran Pascal Endeber Schade Mit einer richtig guten Chance Eigentlich auch gut gedacht Und gut gemacht Das wäre aber schon auch saufrecht gewesen Hätte das geklappt Aber der Keeper von denen ist auch einfach wirklich Zwei Meter groß Und kommt dann gerade so ran Also es war eine richtig knappe Kiste Saibu Und Lohmann auch kein guter Abschlag Da war weit und breit niemand Schontorno Saibu Jetzt ein langer Ball Ja, wieder auf Pascal Das wäre auf jeden Fall kein Abseits Aber den Amel schiebt nach Dubinsky Nochmal raus auf Pascal El Nehmer Hält den Ball eben nicht im Spiel War aus Ach, schade Aber genau so muss es gehen Da müssen wir weiter dranbleiben Und auch wenn der Ball da mal weg ist Gut nachgesetzt Weil die Chance Weiter am Leben gewesen Ja Ist dann natürlich auch ein bisschen schwierig Rasmus schiebt den Außen auf Pascal Ein Tick weit hinten Und wenn du dann versuchst Tempo aus dem Lauf rauszunehmen Dann fliegst du bei dem Rasen halt Eiskalt auf die Fresse Da muss Ist schwierig Da muss jetzt die Präzision 100% sitzen Damit sowas dann funktioniert Ja Rasmus Bleibt weg Weil er im Abseits stand Ja und Martin Sacks ja schon Pascal hatte in diesem Spiel So viel Pech Ja es waren echt immer die Kleinigkeiten Einmal diese Ballannahme Die ein bisschen schwierig war Und jetzt Der Lupfer Der so gefühlt Drei Millimeter Zu tief war Ja und Wir haben ja schon Die Saison Ein Stream glaube ich Bisher ausfallen lassen müssen Wegen Personalmangel Und wir haben auch Durchaus mal technische Probleme Weil das hier alles Komplett Fan organisiert Und spendenbasierend Funktioniert Deswegen Wenn ihr uns was in den Hut werfen wollt Funktioniert das Unter www.altona93.de Slash Was? Äh Quatsch Paypal.me Slash Altona93 So Ja jetzt Ich war falsch rum Ja ich hab das Ich hab das länger nicht gemacht Dann kannst du es nochmal ablehnen Ja Entschuldigung Ja da ist was dazwischen Du siehst da Ach ich sehe den unteren Bildschirmrand von hier aus Paypal.me Slash Altona93 Entschuldigung Mann 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 Hier wird man Wegen einem Fehltritt Wird man hier gleich Durch die Manege geführt Ja das ist das Wichtigste Der Link Ja Du hast da recht Ihr könnt es auch scannen Und wenn ihr das Wenn euch das immer noch zu schnell ging Ihr könnt es zurückspulen Ihr seid ja bei YouTube Dann spult ihr zurück Drückt auf Pause Könnt das da entspannt einscannen Naja und auf Twitch Die eine Person Die eine Person auf Twitch Könnte auch mal was in den Hut werfen Ja Oh 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 Pascal Äh Pascal sag ich schon Dennis Ich hab ich schon voll auf Pascal Weil ich gerade Pascal gelesen habe Hab ich kurz Pascal gesagt Aber es war natürlich Dennis Ja der Rasen ist da Schwierig Ich hab die Situation gerade vollkommen verpasst Das ist wie der Hacker Der da rumhackt Ja das ist nicht so schlimm Ist ja nichts draus geworden Ja aber ich möchte das gar nicht Also ich Wenn ich da so nach rechts gucke Da kriege auch einen steifen Hals Das sollte Da in dem In dem Areal da Sollte nichts ab Abgehen einfach Das wäre schön Wenn sich das auf die Von uns aus gesehen Linke Spielhälfte konzentriert Tut es aber nicht Auf Netzband Der schießt einfach mal Ja Ja da wissen wir aber Dass er den kann Ja das stimmt Auch manchmal hab ich das Gefühl Ein bisschen die Abstände nicht Weil da finden sie immer Die Lücken Zwischen Innenverteidigung Und den Sechsern Da ist schwierig die zuzustellen Was ich ein bisschen weird finde Ehrlich gesagt Weil das ist ja jetzt eigentlich So die Konstellation Ähm Die ja wahrscheinlich Am öftesten zusammen gespielt hat In der Viererkette Oh Ambrose Es gibt ja auch Redebedarf Torasmus verlängert Da kriegen wir jetzt den Freistoß Ja Michael Hose sagt da gerade schon Beide Mannschaften spielen auf diesem Platz Einen guten Ball Ich muss auch sagen Es geht auf jeden Fall Es geht mehr als ich dachte Und Huir sagt aber auch Wacht mal wieder auf Ja Ich glaube auch Jetzt mal wieder eine gute Chance Ah Schade Michael kann den da nicht so richtig Platzieren Schlicktown ist auch wieder am Start heute Moin Ja Es ist schwierig gerade Wir spielen eigentlich Guten Fußball Aber so richtig zwingend Waren wir jetzt in den letzten paar Minuten Gerade nicht mehr Aber ich glaube gerade das Alsterbrüderspiel Hat uns gezeigt Dass wir da echt geduldig sein müssen Dass wir da auch Vertrauen müssen In unsere Qualität Die wir ja Auf jeden Fall haben Und dass die Chancen dann Von alleine kommen Nur dass wir sie halt dann auch reinmachen müssen Weil Chancen waren eigentlich genug da Du hörst dich jetzt gerade an Wie irgendwie so ein Bundesligaspieler Nach dem 1 zu 1 So dramatisch ist es noch nicht Du musst die noch nicht motivieren Die schaffen das schon Ja die hören mich ja auch zum Glück nicht Das weißt du nicht Wir haben ja schon öfter mal Ein Handy auf der Bank gesehen Ich hoffe auf jeden Fall Dass sie es nicht tun Weiter Einwurf Von Moritz Ja es ist einfach ein guter Ein guter Fehler hier Das weird noch was Das Spiel ist einfach auch ein bisschen weird Dass wir Noch nicht führen Aber ja Heinz hat Vertrauen Ich habe auch Vertrauen Und die Gegend gerade Wie ihr jetzt hört auch So Seibu Aber da vorne ist niemand Ja der war auch schwierig gespielt So halb hoch Genau in die Mitte Gideon Kriegt einen auf die Schlappen Aber es wird weiter gespielt Amel hat Platz In der Mitte ist aber nur Erasmus Ja Amel geht ins 1 gegen 1 Und kriegt keinen Freistoß Ja Amel setzt weiter nach Jetzt bleiben wir dran Wir schnüren sie ein Und das ist eigentlich immer gut Weil ich habe das Gefühl Da waren sie immer besonders Wackelig Wenn wir aus einem Entspannten Ball Bis jetzt herauskommen So Wer die andere Seite Bringt den Tobitski Meine Güte Die wollen heute noch was Schönes Machen Pascal hatte ja vorhin auch schon den Ansatz Jetzt Rasmus War aber auch noch abseits Ja das Ding ist halt Spielerisch zu lösen und so Soleimani Jetzt gibt es noch Diskussionen Danke Sebastian auf jeden Fall für die 10 Euro Freut uns sehr Über jede Unterstützung sind wir froh Hilft uns Bildstörungen zu vermeiden Ja Und hilft uns vielleicht auch mal irgendwann bessere Kommentatoren zu engagieren Ja Aber da müsstet ihr noch ganz schön viel Geld reinwerfen Unser ganzes Geld geht ja jetzt gerade an Aaron Ja Ja Kommen wir auch wieder nicht durch Schwierig Dennis mit dem weiten Ball Ja Es ist so ein bisschen Ja Ich habe das Gefühl wir haben wieder mehr Kontrolle über Über das Spiel Aber so richtig zwingend werden wir gerade irgendwie nicht Das Gefühl wir haben so ein bisschen Ja wir haben so Stehen so ein bisschen tiefer als noch am Anfang Stehen dafür defensiv stabiler Aber vorne wird es schwierig Ja wir hatten jetzt Sind vielleicht da auch ein bisschen ausrechnbar Ich finde dieser Dieser lange Ball von Saibu Der kam Jetzt in den letzten 10 Minuten Drei oder vier Mal Ja Buja Stark von Krosche wieder da runter geht Hat sich die Idee eines Podcasts weiter konkretisiert Wird hier gerade gefragt Also es gibt schon einen Podcast tatsächlich Den du in deinem Lieblingspodcatcher Oder bei iTunes Oder bei Spotify Oder so hören kannst Ich finde den nicht gut Aber Den kannst du dir trotzdem Trotzdem anhören Und Ich glaube es ist noch In der Diskussion Ob wir weitermachen Das heißt also Sollte den jemand von euch gehört haben Und dazu eine Meinung haben Sehr gerne einfach mal In den Chat reinwerfen Das gibt uns ein Stimmungsbild Ob wir das weitermachen sollten Oder nicht Ja es ist am Ende natürlich auch immer So ein bisschen eine Frage des Zeitmanagements Sag ich mal Du hast doch sonst nichts zu tun Ja Also müssen ja auch immer Alle Zeit haben Du kannst ja den auch selber machen Ja Ich ziehe mich da alleine hin Und erzählst du mal was So Ecke Aber auch eine schwierige Ecke Guter Nachschuss Pascal Haut wieder drüber Ich habe kurz gedacht Warum nimmt er den nicht an Er wollte ihn dann irgendwie Wieder direkt nehmen Ah Mann Der von Grosche Der sollte ja auch nicht so Der ist da noch weg Weggerutscht Und das hat glaube ich Deutlich mehr Wumms Da drauf gegeben Als es eigentlich Beabsichtigt war Ja Aber Aaron In Anbetracht der Uhrzeit Könnte man ja jetzt sagen Dass das ein sehr guter Zeitpunkt ist Um ein Tor zu machen Wenn man Frasen raushauen will Wie du Dann könnte man das sagen Da würde ich auch irgendwie Ein Euro in irgendein virtuelles Schwein Für werfen Aber das wäre jetzt wirklich Ein guter Zeitpunkt Und du kannst deine Frasenohle nicht mehr bringen Weil wir in letzter Zeit So gut spielen Und da braucht niemand mehr Hoch und weit Und Sicherheit Und so Ja das war heute schon Ein paar Mal der Fall So guter Doppelpass Gianluca geht da einfach mal durch Ja kommt dann da nicht mehr ganz ran Ja schwierig Unser Produzent Wirkt auch nicht so ganz zufrieden Mit dem Spiel Das könnte auch an uns liegen Vielleicht ist er auch einfach mit uns Nicht zufrieden Und mit der Performance Aber wir werden gleich auch Während ihr dann Interviews In der Halbzeit genießen könnt Werden wir hier auch noch Die Performance Kritik bekommen Ich muss erstmal Kamera machen Noch in der Halbzeit Achso Aber ja Dann kriege nur ich die wieder Ja Das ist voll unfair So Amel Geht durch Amel Ah Warum legt er nicht durch Den hält er da noch Er probiert ihn am Torwart vorbeizulegen Aber der streckt noch die Hand raus Das war eigentlich die Chance Gut von Pascal da weitergelegt Und auch gut vorbeigegangen Dann von Amel Zack So und da Also den hättest du auch nochmal Querlegen können Rasmus fordert auch den Ball Oh hast du gesehen Der tritt gegen den Pfosten da Rasmus war sau Und Pascal hätte ja im Rückgang Auch noch gestanden Das wäre vielleicht sogar noch Einfacher gewesen Oder sicherer Türk hier schon wieder im Angriff Jetzt Geht schon wieder direkt In die andere Richtung Saibu passt auf Ja Scheiße ey Das wäre es jetzt noch gewesen Andi tapert auch schon ein bisschen Auf und ab Rasmus schüttelt immer noch den Kopf Und entschuldigt sich Ich glaube Andi hat sich da gerade Beim Linienrichter Schon entschuldigt Der scheint gerade auch ein bisschen Das hat er ein bisschen geflucht Oder so Aber die Energie von Rasmus Gefällt mir da Also der Ja ja Der will das Der will Auf jeden Fall Das kannst du ja Kannst du ihm auf jeden Fall Gar nicht vorwerfen Buja kommt da nicht mehr ganz ran Jetzt standen sie hinten aber mal gut Da war Netzband auf jeden Fall komplett dicht Jetzt sieht das Bauer ist da Schwierig geklärt In die Mitte Hacker Probiert es mal Nur man hat ihn Was hältst du von Buja heute Der ist irgendwie ein bisschen abgetaucht Ja Schwierig Irgendwie Normalerweise hat man Um diese Zeit schon Mindestens einen Rückraumversuch von ihm Auf dem Konto Und auch ansonsten sehr unauffällig bisher Und Charles Luca probiert da mehr die Läufe nach vorne So wie jetzt gerade Macht's schnell Meli mit dem Kopf Geht durch Geht vorbei Ah Und bleibt dann doch noch im letzten Moment hängen Ja das Feedback im Chat ist auf jeden Fall schon mal ganz gut zum Podcast Widerspricht mir ja Das heißt Johnny du hast keine Ahnung Ja Aber das ist ja nun auch nichts Neues Ja das ist Martin sagt gerade wir sind alle über sie hinweg Ich hoffe auch dass jetzt nicht Da in den Köpfen so ein Frust aufkommt Dass die Dinger nicht reingehen Weil Wenn da erstmal der Frust da ist Oh da ist ein schöner Hacktrick Nicht so ganz beabsichtigt Tricks alle durch Jetzt legt er den in die Mitte Ne 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 Das war ein Torschuss Meinst du Ja Ich glaube Also ich glaube der Der sollte nicht so Aber der kam ja ganz klar aufs Tor Da war überhaupt gar keine Chance Für jemanden nochmal ranzukommen Ja Aber bietet uns jetzt natürlich noch über den Standard Die Möglichkeit Mit einem Erfolgserlebnis in die Pause zu gehen Wenn da mal ein Ball kommt Für Pongiorno macht die Ecke Rasmus fliegt vorbei Im Rückraum ist Veli mit links Bleibt hängen Aber Ball bleibt bei uns Hacker wirft sich mit allem rein was er hat Geht er nochmal rein Zweite Ecke Ah Mann Ja Ja wenn da so ein Ich meine so ein Veli Ding kann auch mal durchgehen Den sieht der Torwart dann auf jeden Fall nicht Das wäre richtig gefährlich Was ist denn das jetzt für eine Taktik da So Krosche Auf den ersten Pfosten Nochmal Ecke Türkat war das gerade Ich dachte kurz Ich habe erst eine Acht gesehen Und dachte Die gibt es hier im Spielberichtsbogen gar nicht Nein es war die Sechs Türkat Wir tun auf jeden Fall was Für unser Eckenverhältnis Jetzt müssen wir es nur noch In Tore umwandeln Aha Ambrosius war es Aber kommt dann auch nicht Kann nicht richtig gut hochsteigen Und den Ball kontrollieren Ja und da ist der Fausenpfiff Ja Wir haben gleich noch ein Interview für euch Bleibt dran Und dann sehen wir uns Vielleicht sogar zwei Spätestens zur nächsten Halbzeit wieder Bis gleich So ist es Bis gleich So ist es scheiße hier Liga So weit da So ist es scheiße hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank für die geile erste Halbzeit. Ihr habt auch das 3-1 gehofft, aber vielleicht schaffen wir es ja in der zweiten Halbzeit. Wir sind heute da vom Lola-Derby, weil wir Spenden sammeln für unsere Trikots. Vielleicht habt ihr es in der Zeitung gesehen. Leider ist unser Trikotlieferant in der Renten gegangen und die ganze Kolde ist weg. Deshalb müssen wir jetzt nochmal neue Trikots bestellen und machen noch eine Schnatzwürfel und sammeln Weckerspenden zwischen dem Zeckenhügel und der Meckerecke findet ihr uns hier an meinem großen Handspiel. Ihr seht euch bestimmt. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeikommt. Was bringt ihr uns? Und vielleicht auch wenn wir in diesem Handspiel am 23.3. in der Ruder-Posterstraße kommen. Viel Spaß noch! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020 Mein erster Halbzeitgast, meine erster Halbzeitgästin ist Rakete und Rakete ist von Roller Derby. Roller Derby gibt es seit 2019 beim AFC. Trotzdem, ihr seid eine jüngere Abteilung, trotzdem kennt euch der eine oder andere ja schon oder die eine oder andere schon. Trotzdem, nehmt uns doch mal mit, was ist Roller Derby? Roller Derby ist der beste Sport der Welt ohne Ball. Also dann sind wir uns einig, Fußball ist der andere beste Sport. Es ist ein Vollkontaktsport, der auf Rollschuhen gespielt wird mit pro Team fünf SpielerInnen. Eine davon kann Punkte machen und die anderen sind dafür da, Punkte zu verhindern. Und die erste Frage ist, wie geht das ohne Ball? Die Punktemacherin muss die anderen überholen und pro überholte Hüfte gibt es einen Punkt. Sehr gut, dann haben wir schon mal einen ersten Einblick davon. Ihr spielt, bzw. wie läuft die Saison gerade für euch? Wir spielen dieses Jahr in der zweiten Bundesliga in der Nordstaffel und sind gerade dabei, unsere Saison zu planen. Wir spielen zusammen in der Liga mit Leipzig, mit Brünster, das ist Bremen und Münster. Wir sind dabei und Hannover. Wir haben drei Auswärtsspiele, ein Heimspiel und das Heimspiel planen wir gerade. Unser allererstes Spiel in dieser Saison, das ist ein Freundschaftsspiel gegen Berlin. Das ist am 23. März in der Budapester Straße, in der Sporthalle. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei. Sehr gut. Wir müssen noch über ein Thema reden, was vielleicht jetzt nicht so angenehm gerade ist. Ihr habt Trikots bestellt, ihr habt die aber nicht bekommen. Nimm mich mal mit, was da genau passiert ist. Ja, das ist ein ruhmreiches Erlebnis in unserer Karriere. Wir haben Trikots bestellt bei einem Hersteller in UK. Man muss dazu wissen, unsere Trikots sind ein bisschen anders als andere Sporttrikots. Sie brauchen eine gewisse Qualität, weil wir viel auch an Trikots ziehen, um aneinander vorbeizukommen. Und der Hersteller, also wir haben die bestellt, haben auch das Geld überwiesen, 2500 Euro knapp. Und dann ist der Hersteller pleite gegangen und die Kohle ist leider in die Insolvenzmasse geflossen. Auch das Material haben die wohl gar nicht mehr bestellt für unsere Trikots. Das heißt, wir haben 2500 Euro nicht und auch keine Trikots. Das ist ein bisschen doof. Wie, was macht ihr jetzt? Momentan spielen wir in so selber zusammengeschusterten Trikots mit Edding-Nummern oder so Flockdruck. Die sind aber nicht besonders super. Und ja, wir haben jetzt einen neuen Hersteller gefunden aus Frankreich, sind gut mit denen im Gespräch. Und ja, wir sammeln jetzt Geld tatsächlich, um möglichst wenig Eigenanteil für die Trikots zu haben bei unseren Spielerinnen. Ein Trikot kostet leider 45 Euro, das ist auch nicht so super günstig. Man braucht ein Heim- und ein Auswärtstrikot, also 90 Euro pro SpielerInnen. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn der ein oder andere vielleicht ein paar Euros übrig hat und uns damit unterstützen möchte. Das, da kann ich nur anschließen. Letzte Frage an dich, Rakete. Wenn ich Lust habe, Rollerderby zu machen, wie kann ich euch erreichen? Auf welche Wege? Ihr könntet uns finden bei Instagram und bei Facebook, Hamburg Rollerderby, einfach suchen. Wenn ihr spielen wollt, dann haben wir immer am ersten Freitag des Monats ein Probetraining für neue Leute. Und dazu könnt ihr am besten schreiben eine E-Mail an welcome-at-hamburg-rollerderby.com. Und da bekommt ihr dann alle Informationen. Und ihr müsst auch am Anfang gar nicht Rollstuhl fahren können, ihr braucht auch kein Equipment, könnt ihr alles leihen. Vier Probetrainings ausprobieren und die meisten bleiben dabei. Sehr cool. Letzte Frage, dein Tipp für die zweite Halbzeit? Ich hoffe auf zwei weitere Tore von Altona. Da schließe ich mich dir an und bin da gewicht bei dir. Und wir machen eine kurze Pause und dann haben wir noch einen zweiten Interviewgast. Bis gleich. Ciao. Ich hoffe auf zwei weitere Tore von Altona. Ich hoffe auf zwei weitere Tore von Altona. Wir machen eine kurze Pause. Unser zweiter Interviewgast ist unser erster Winterneuzugang. Aaron und Johnny haben ihn vorhin schon im Stream erwähnt. Adrian Goranch ist bei mir. Adrian, herzlich willkommen beim AFC. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Wir freuen uns auch richtig darüber, schön, dass du da bist. Du bist zu Hause auf der Linksverteidiger-Position, richtig? Kannst du uns so ein bisschen deine Stärken mitgeben? Wir hatten schon einige schnelle Außenverteidiger im HFC, kannst du da mithalten? Mit Sicherheit, also Schnelligkeit, aber gerade der Spielaufbau, der linke Fuß ist eigentlich so mit meine Stärken. Aber natürlich die Linie hoch und runter laufen, das gehört auch dazu. Sehr schön. Adrian, du hast eine interessante Vita beim VfL Wolfsburg gespielt, aber auch bei Club Amerika in Mexiko. In der Jugend, dimm uns mal ein bisschen mit, du hast ja schon einiges erlebt, jetzt du es beim HFC. Was ist anders als vielleicht beim VfL Wolfsburg oder bei Club Amerika? Ja, also ich glaube in erster Linie das Herzliche. Es ist nicht mehr so druckbehaftet und von oben herab, du musst Leistung bringen, sondern es ist alles familiärer. Und gerade das hat mich dann ja auch zu diesem Projekt bewegt, hierher zu kommen. Ich hatte noch andere Angebote nach meiner Auszeit erstmal, aber ich habe mich dann für genau dieses Projekt entschieden, weil mir Wertschätzung einfach auch sehr, sehr wichtig ist. Und die habe ich von der ersten Minute an hier gespürt und deswegen mich auch dann eigentlich gefreut, dass das hier eigentlich auch geklappt hat. Wie gesagt, wir uns auch. Nimm uns mal ein bisschen mit, du bist heute nicht im Kader, du warst in den letzten zwei Spielen gegen Tornisch und Alsterbrüder auch noch nicht im Kader. Wann können wir dich im Kader denn sehen? Ja, ich war leider verletzt. Ich hatte mich in der Vorbereitung einen Muskelfaserriss zugezogen. Deswegen war ich jetzt drei, vier Wochen raus, bin jetzt seit anderthalb Wochen wieder dabei im Training. Und jetzt liegt es eigentlich am Trainer, wann er auf mich setzen möchte. Vielleicht wahrscheinlich erstmal einen Weg über die zweite Mannschaft, erstmal Spielpraxis sammeln und dann, wenn ich meine, ein, zwei Wochen bin ich wieder spielbereit und kann der Mannschaft helfen. Sehr schön. Letzte Frage, Blick auf die zweite Halbzeit. Wir haben die erste Halbzeit von der Tribüne hier verfolgt. Was hat dir schon ganz gut gefallen? Der Platz ist schwierig, glaube ich, heute. Was muss in der zweiten Halbzeit besser laufen? Ich glaube, wir haben es schon ganz gut gemacht auf dem Untergrund. Wir hatten ja auch zahlreiche Chancen, die wir eigentlich einfach nur verwerten müssen. Also am Ende Chancenverwertung, einfach ein, zwei Buden machen und dann werden sie auch einknicken. Ich glaube aber auch in der zweiten Halbzeit werden die Kräfte bei denen nachlassen und dann werden wir zuschlagen. Da bin ich mir sicher. Sehr schön. Wir werden gucken, ob du ein Recht haben wirst. Und wir geben erstmal wieder zurück. Aaron und Johnny melden sich gleich wieder und wir sehen uns nochmal später. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Elliott vexer normalis Buchare, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt mal über Buja. Der nimmt Rasmus mit. Rasmus jetzt mit Stirnband in der zweiten Halbzeit. Weli mit einem Seitenwechsel. Der Ball springt ganz komisch. Gerade mal Regenradar gecheckt. Also das soll jetzt noch kurz so weitergehen. Dann gibt es eine längere Pause und dann fängt es noch mal kurz an. Das ist die Erwartung. Dann würde ich einfach sagen, wir schießen jetzt ein paar Tore, dann gibt es eine kurze Pause und dann machen wir noch mehr Tore. Können wir mal machen. Ich finde das immer so furchtbar, wenn bei solchen Platzbedingungen der Ballrichtung Torwart gespielt wird und der steht vor dem Tor. Dennis hat es im Griff. Gianluca hat es auch im Griff. gut von Amel. Jetzt mal Buja im Rückraum, legt aber rüber. Willi. Schwierige Flanke. Kriegt vielleicht noch mal einen zweiten Versuch gleich. Der Ball wird jetzt halt sehr schnell. So, jetzt hat er richtig Platz. Hat Zeit. Und holt eine Ecke raus. Ja, ich dachte vielleicht. Ob das gewollt war. Annehmen, aber ja. Du, nehmen wir eine Ecke. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Ja, mach mal. So, hier wird schon, im Hintergrund wird schon probiert, euch noch die Wetternachrichten noch einzublenden. schon fleißig, äh, ja. Fleißig gewerkelt. Jetzt die Ecke. Ambrosius kommt nicht ganz ran. Willi. Ja. Zu ungenau, um den dann direkt zu verarbeiten. Pascal. Elva. Elva. Pascal legt den vorbei. Jawohl. Und ich weiß gar nicht genau, wer es war. Ich glaube, Jilmaz war es. Jilmaz kommt dann zu spät. Und schiebt dann, glaube ich, einfach um. So. Da sehen wir, Pascal startet. Pascal legt ihn vorbei. Ja, und dann trifft er ihn unten. Ja. Geht da rein. Er nimmt direkt die Hände vor das Gesicht. Also er weiß direkt, was los ist, Jilmaz. Dass er da einfach zu spät gekommen ist. Den Ball nicht berührt hat. Nur den Gegner. So. Willi Suleimani. gegen Mihailovic. Bist du dir 100% sicher, dass er vorher nicht den Ball getroffen hat? Willi. Längst du. 2-1. So muss es. Ganz wichtig. Scheiß auf spielerisch rausholen. 2-1. Ganz sicher. Der Keeper war in die andere Richtung unterwegs. Da sehen wir, ist er noch mal probiert, die Latte anzuhauen. Noch mal nervös zu machen. Aber den lässt er sich nicht nehmen. Schweißt das Ding trocken links unten ein. Ganz cool. Da ist er. Hervorragend eingefangen. Man sieht sein Lächeln. Das ist natürlich auch für ihn besonders schön. Ja. Vor allen Dingen, weil er bei Alsterbrüdern auch ein, zwei Chancen hatte, die er nicht gemacht hat. Freut es mich heute umso mehr, dass er den auch dann schießen darf. Und wir machen weiter Druck. Mihailovic. Die musste nur ein bisschen anlaufen. Dann haben wir den Ball. Da ist Willi schon wieder. So. Ah, Amel leider im Upside. Habe ich nicht so gesehen. Willi hat es auch nicht so gesehen. Aber der Lienrichter hat es leider so gesehen. Wo ihr fordert schon das Nachlegen. Ja, die Fans wollen auf jeden Fall auch, dass hier noch mehr passiert. Der Support stimmt auf jeden Fall. Jetzt mal die Abschlusschance. Lohmann hält ihn gut und lenkt ihn gut zur Seite. Weil Netzband ist genau so ein Ding. Ist da direkt draufgelaufen. Also wenn er nach vorne klatschen lässt, wird es gefährlich. Aber es ist auch noch gefährlich. Ja. Jetzt ist der Ball weg und jetzt können wir uns lösen. Und Amel spielt direkt nach vorne weiter auf Pascal. Aber der landet im Haus. Boah, aber das war immer wichtig. Aber mach doch mal den Wetterfrosch jetzt. Das wollte ich schon immer mal. Ja, also da unten seht ihr, da ist noch Regen im Anmarsch. Ja, da seht ihr es. Aber da steht unten Prozent Regenwahrscheinlichkeit, oder? Oder was heißt das? Das ist ja Quatsch. Stimmt mir gar nicht. Also ich kann euch sagen, es hat aufgehört zu regnen. Ich glaube, das ist die wichtige Info. Obwohl da starker Regen steht. Also ich traue dem Ganzen nicht so. Aber da oben, da siehst du, da ist die Front durchgezogen. Das kann man sehen. Das stimmt. Danke, Martin. Uuuh. Ja, aber zum Glück neben das Tor. Ja. Aber das hätte jetzt gar keine Ecke sein müssen. Nee, wäre auch anders gegangen. Türkei jetzt mit der Ecke. Auf den ersten Pfosten gut geklärt. Luis Haka. Nochmal außenrum. Wird aber geblockt, bleibt aber bei Besitz Zürich hier. Schön von Pascal. Pommes. Wir bestellen hier gerade, deswegen ist hier gerade kurzes Chaos. Ja, Pommes ist gut. Pommes und Becher. Ja, wir müssen ja auch versorgt sein, Armin. Das ist ja auch schon wichtig. Unsere Catering. Ja. Wir haben sogar einen sehr, sehr netten Bringservice hier. An der Stelle schon mal danke im Voraus. Hat man auch nicht immer. Eastblatt fragt, wie die Zuschauer zahlen wohl in der dritten Liga. Aber wenn man einfach die Regionalliga überspringt. Das ist auf jeden Fall, ja, eine steile Frage, würde ich jetzt mal sagen. Viel, sehr viel, glaube ich. Also momentan spielen wir ja noch in der Oberliga. Da sind wir, der Schritt zur dritten Liga ist sehr groß. Ich sage einfach mal, jedes Mal ausverkauft. Ja. Dubinsky, ja, ein bisschen zu steil. Vielleicht kann man die Frage so beantworten. Also es gibt ja einen Verein in der Regionalliga aus Hamburg, dem Ambitionen auf die dritte Liga nachgesagt werden. Und ich glaube, dass wenn wir jetzt spontan in die dritte befördert würden, hätten wir da mehr Fans als dieser andere Verein. Ich glaube, wir hätten in der Region mehr als die in der dritten Liga. Ja, das glaube ich auch. Aber ja, ich glaube, die sagen sich das auch nur selber nach. Ich glaube, sonst sagt es denen wenige Leute nach. So, ein Wurf für uns. Wir bedanken uns bei 1.018 Zuschauern. Ja, ihr habt es, glaube ich, gerade im Hintergrund gehört. Vorhin kam die Frage schon. 1.018 Zuschauer. Ich finde es ja immer geil, wenn es vierstellig ist. Deswegen ist 1.018 eine super Zahl. Rasmus wird dann doch noch geblockt. Pascal kommt zu spät. Kriegt dann noch ein paar nette Worte vom Keeper. Ja, 1.018, super Zahl. So, Amel, kriegt er den noch? Nee. Ja, da haben wir den Ball. Wo wir gerade kurz bei Profifußball waren. Ich war sehr, sehr glücklich. Es ging jetzt kürzlich um dieses ganze Bayern. Thomas Tuchel, Trainer, Gelöt. Da war ich sehr froh, dass ein Name nicht in der Diskussion war. Der war Andi Bergmann. Denn der hat bei uns verlängert am 9. Februar schon. Und wäre damit am Ende der Vertragslaufzeit der AFC-Trainer mit der zweitlängsten Amtszeit aller Trainer seit 1947, hat Alex recherchiert. Danke, Alex. Was sagst du denn dazu? Er freut mich. Zwei Jahre muss ich noch nachreichen. Zwei Jahre hat er verlängert. Ich glaube, er wäre sonst bei Bayern auf jeden Fall gehandelt worden. Deswegen freut es mich sehr, dass wir da frühzeitig reagiert haben und verlängert haben und das Ganze erst gar nicht zugelassen haben. So ist es. Das würde ja auch Unruhe bei uns reinbringen, weißt du? Nee, freut mich einfach. Ich finde, er passt super rein. Wir spielen super Fußball. Wir sind auch erfolgreich. Also von daher freut es mich einfach sehr. Ihn freut es. Ja, kein Abseits, oder? Nee, Amel. Auf der anderen Seite steht Veli. Spielt da rüber. Nee, Pascal. Wieder kein Abseits. Jetzt hat Amel Platz. Ja, wird von hinten dann den Ball abgenommen. Scheiße, da war irgendwie mehr drin. Das haben wir schwierig gelöst. Und jetzt direkt der Ball auf Netzband. Lohmann kommt raus und hat ihn diesmal. Aber das war auf jeden Fall wieder eine knappe Kiste. Weil so richtig kontrolliert hat er den auch nicht. Und dann gibt es noch einen Wurf für Türki. Ja, sieht schwierig aus da hinten. Ja, rauskommen ist halt auch echt immer so bei dem Boden. Man ist halt nicht so schnell, wie man es zum Beispiel auf dem Kunstrasen wäre, vom Sprinten her. Das heißt, man muss gefühlt dann nochmal so einen Meter. Puffer einplanen. Aber ist ja gut gegangen. Bauer lässt Netzband aussteigen, spielt dann den langen Ball. Und der ist erstmal weg. An der Stelle reiche ich vielleicht noch ganz kurz nach das Zitat von Andi dazu, weil ich das sehr schön finde. Der hat gesagt, ich fühle mich einfach sehr wohl. Ich habe Lust, mit so vielen engagierten Menschen gemeinsam unseren Weg weiterzugehen. Ich liebe die Nähe, die hier noch möglich ist und dass der Fußball im Mittelpunkt steht. Ja, super gesagt. Ja, super gesagt. Und Ragnar hat sich auch sehr gefreut, sei er an dieser Stelle dazu gesagt. Unser zweiter Vorsitzender, der das Ganze eingetütet hat. Und da hatten wir ja im Podcast auch schon drüber gesprochen. Wir müssen Andi ganz, ganz, ganz dringend mal wieder interviewen. Das sagen wir schon so lange. Willi läuft den ab. Ja, ich glaube bei Altona sind schon so ein paar Sachen besonders. Wie Eastman zum Beispiel sagt, allein schon die Zuschauerzahlen. Wer hat 1000 Zuschauer in der Oberliga gestern? Bei Vicky war freier Eintritt und es war Derby gegen Alsterbrüder. Also mehr geht nicht. Freier Eintritt und Derby und die hatten 850 Zuschauer. Da bin ich schon sehr... Und haben sich voll gefreut. Ja, wo sehr viele von Alsterbrüdern mitkamen. Ich muss jetzt sagen, von Türkei sind wahrscheinlich heute nicht so viele Leute da. Also ja, super freut mich auch, dass hier was entsteht. Dass Andi Bock drauf hat. Ist einfach... Ja, it's a match, würde man sagen. Ja, Saibu kriegt da noch einen mit. Sherry hat es gesehen. Oh, Louis Hacker beschwert sich da. Na. Macht dann noch Saibu an. Gerrit Brethold lässt sich das aber gefallen irgendwie. Reagiert da ganz ruhig. Lässt sich davon nicht verunsichern. Dr. Gerrit Brethold. Dr. Juo ist es dann, oder? Ich glaub ja. Alex hat's gelesen. Krosche. Bringt ihn. Pascal an die... Jawohl. Tor im Nachschuss. Booyah sind die aus. Booyah war es am Ende. Pascal wieder ein bisschen unglücklich mit der Latte, aber scheiß drauf. Das Ding ist wieder drin. Ja, weil Pascal will das Ding heute nicht rein. Aber zu Glück können die anderen danach einfach schießen und machen das Ding einfach rein. Ja, Booyah mega geistesgegenwärtig und knallt da einfach nochmal drauf. Ja, dann macht's einfach boom, boom, boom. 3-1. Und dann nehm ich auch alles zurück, was ich vorhin gesagt hab. Booyah taucht nicht auf. Da ist der einfach... Der checkt das. Ich mein, wir haben das jetzt in Zeitlupe geguckt. Der checkt das Instant und knallt einfach drauf. Weil den von Pascal, den haben wir doch alle schon drin gesehen. Also da wäre ich als Spieler, da wäre ich schon im Umdrehen. Ja. Ich hatte kurz Schiss, dass Pascal ihn ja noch von der Linie blockt, weil er da auch so stand irgendwie. Aber er konnte dann zum Glück den Ball noch ausweichen. Puh. Wichtig. Ja. Dieter hat vorhin zwei Dinger gefordert und Altonat geliefert, würde ich sagen. In Person von Velie und Booyah. Martin, ich muss darauf bestehen, dass du drückst. Ja, der Spielstand oben stimmt noch nicht. Aber unser Produzent ist dabei. Mit Torschuss. Torschützen. Mit Torschuss. Ja, Schlickthorn hat gerade gesagt, dass etwas entsteht, ist komisch. Da hast du natürlich recht. Es blüht wieder auf. Neuer Spielstand. Drei zu eins. Velie lässt ihn aussteigen. Vielen Dank auf jeden Fall da schon mal an unser Catering. Robin Schmidt. Hallo Robin Schmidt. Du hast deine Karte verloren. Die ist hier in der Sprecherkarte. Falls Robin Schmidt im Chat ist, kann er auch mal Bescheid sagen. Der hat seine Karte hier im Stadion verloren. Wir haben auf jeden Fall hier, muss ich mal sagen, Respekt an unser Cateringbringer. Weil er hat, glaube ich, fünf Bier, zwei Pommes und eine Bratwurst gleichzeitig tragen können. Ihr habt im Stream bestimmt auch gar nichts dagegen. Das ist jetzt so awesome eher Essen. Und Esra am Pofo ist reingekommen, am Melgohua ist dafür runtergekommen. Das war jetzt in unserer kurzen Verwirrungspause. Ja, aber positionsgetreuer Wechsel. Esra ist ein sehr junger Spieler hier am Ball. Kam direkt von der U19 von St. Pauli. Ist spritzig, ist schnell, kann gerne meins eins gegen eins gehen. Robin Schmidt, Robin Schmidt, wir haben deine EC-Karte hier in der Sprecherkabine. Bitte abholen. Da muss ich gleich mal rüber an die Stadionregie sagen. Wenn ihr die EC-Karte habt, könnt ihr das auch irgendwie auf Paypal umruten? Gianluca probiert es aus dem Rückraum, aber zu ungenau. Vielen Dank. Gianluca ist da die Fans sind auch da stark geholt von Pascal ja es ist auf jeden Fall super dass wir jetzt hier 3-1 führen da bin ich auf jeden Fall sehr beruhigt und es ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie bei Alsterbrüder dass wir aus der Halbzeit kommen und uns dann so richtig ins Spiel reinarbeiten und dann aber auch da sind im richtigen Moment wo man die Tore schießen muss ich muss gerade nochmal kurz eruieren im Chat schlägt und schreibt Pommes wohl bekommst hast du Pommes gesagt? hat das jemand hier gesagt? weil wenn das jetzt rausgehört hätte anhand der Schmerzgeräusche wäre ich schwer beeindruckt ich habe vorhin bei der Bestellung habe ich glaube ich einmal kurz Pommes gesagt auch völlig zusammenhangslos für die Leute im Stream aber ich glaube ihr den Zusammenhang konntet ihr euch glaube ich erschließen kein Abseits Dieter fragt gerade geht Spende nur über Paypal also du kannst auch beim Spieltag einfach bei uns vorbeikommen und uns irgendwie den Fünfer in die Hand drücken Bargeld ja ansonsten ist glaube ich gerade ich gucke mal kurz rüber ich glaube es geht echt nur Paypal sozusagen ja ich glaube es ist sonst schwierig also du kannst natürlich auch einfach so an den Verein spenden das geht auf jeden Fall auch über das Konto aber ich glaube dass es bei uns landet muss das leider über Paypal laufen vielleicht kennst du ja jemanden jetzt sitzt jemand neben dir oder so die Person hat Paypal und du kannst dir Bar in die Hand drücken ja schlägt doch und kriegt alles mit Pommes, 5 Bier und Bratwurst von dir kann man nichts verheimlichen Stasi ey ja ich finde es spannend dass wir uns jetzt gerade so ein bisschen zurückfallen lassen deswegen quatschen wir ja auch gerade über Pommes und Enten weil ich habe gerade das Gefühl ja wir haben jetzt unsere drei Tore gemacht Türki muss kommen aber kriegt auch irgendwie nichts so richtig zustande wie es da hinten jetzt gerade aussah ich fand es spannend weil Albarak hat nach dem letzten Spiel gesagt bei dem Fußball den sie spielen machen sie sich gar keine Sorgen jetzt bin ich mal gespannt was da kommt also ob sie jetzt über lange Bälle gehen dann einfach auf Netzband oder steil und flach ja oder ob sie es dann doch spielerisch probieren ich bin gespannt Paypal ähm verbessert Hermann richtig ja you're right in Germany Rasmus jawohl 4-1 gut durchgesteckt auf Rasmus das lässt er sich dann nicht nehmen eiskalt vorm Tor macht er heute auch noch sein Ding da sind wir jetzt bei 6 und 4 freut mich für ihn 6 Tore 4 Spiele 6 Tore 5 Spiele 5 Spiele ja das stimmt aber es ist trotzdem eine hervorragende Quote seine Serie hält hat die letzten 4 Spiele alle getroffen so einfach kann es gehen er leitet es hier selber ein spielt auf Buja kriegt den Ball zurück im Doppelpass und schweißt das Ding einfach ein eiskalt ja so muss es laufen dass das unter den Platzbedingungen überhaupt so möglich ist dass er da so durchläuft boah das freut mich das freut mich für ihn aber das freut mich auch für die Mannschaft ja ich glaube damit ist auf jeden Fall ja ist auf jeden Fall ein Statement hat der Luca rutscht da böse weg aber es geht weiter Türki kommt über Netzband Aaron werden wir gerade zur zweiten Halbzeitmannschaft ja also die letzten beiden Spiele auf jeden Fall man muss sagen bei Tornisch haben wir eigentlich das ganze Spiel gut Netzband nochmal kommt da nicht durch dann wird gefoult aber sein Buch steht schon wieder es gibt dann noch wilde Diskussionen Klärungsbedarf zwischen Netzband und Ambrosius und auch Gideon Bauer scheint da noch mitzureden wir warten immer noch auf die Ausführungen von Dennis Lohmann mit dem ich vorhin übrigens im Bus saß ich wollte ihn auch noch ansprechen aber ich dachte dann der war so in seiner Welt und so Profisportler soll man ja davon nicht ablenken dann habe ich ihn einfach nur beobachtet Buja jetzt auf Seibu Esra ist es am Po achso Entschuldigung und Tor Tupinski mit dem Kopf wie macht der den denn der ist ja richtig schwer weil der ist im Prinzip in Rücklage und so den muss er da erstmal reingedreht kriegen aber geil jetzt läuft es mir freut mich auch dass Esra die Vorlage macht super jetzt läuft es aber richtig Entschuldigung das hatte ich vor lauter Pommes überhaupt nicht mitbekommen als er reingekommen ist Esra bringt ihn und Rasmus guter Kopfball perfekt platziert nichts zu halten mega dann hat er jetzt zwei Doppelpack in Folge ja vielleicht kriegen wir ja auch Esra vielleicht nachher noch ins Interview wenn er jetzt schon die Vorlage macht Esra war gegen Alsterbrüder gestartet ja Tja ich muss ganz ehrlich sagen das habe ich nicht unbedingt so kommen sehen ja in der Höhe ist es jetzt auch überraschend für mich also dass wir da jetzt so zu lang aber im Prinzip haben wir eigentlich einfach unsere Chancen halt gemacht ja nicht so wie in der ersten Halbzeit aber wir schnüren die auch wieder mehr ein eher so wie in den ersten fünf Minuten und Türki vielleicht ein bisschen unkonzentrierter da kriegen sie Pascal aber noch abgelaufen der sich da schon wieder angeschlichen hatte und ich denke Pascal wird das sicherlich Wurm jetzt wo so viele andere ein Tor geschossen haben dass er seine Bude heute noch nicht gemacht hat also ich glaube dass der auf jeden Fall noch heiß ist und ihr sagt es auch gerade schon im Chat ich habe mich davor das nicht getraut zu sagen weil ich so das Gefühl hatte der Spielstand ist mir noch zu knapp aber auf der Blitz-Tabelle sind wir auf dem ersten Platz so ist es Dassendorf überholt die haben sogar ein Spiel mehr aber hätten dann einen Punkt weniger die spielen morgen aber auch nochmal aber zumindest für den Moment sind wir Tabellenführer das traue ich mich bei 5-1 zumindest Ja ich glaube auch ehrlich gesagt nicht dass da jetzt von Türkiher noch so ein großes Aufbäumen kommt da war gerade schon ziemlich frustrierte Gesichter zu sehen Pascal Pascal ja bleibt dann hängen na der Schiri pfeift faul haben wir Glück gehabt auf jeden Fall Produzent hat mir gerade meine Pommes geklaut so wir bauen wieder auf ja Hermann sagt schon next season we will be playing Lübeck ja probably that's gonna be ja I don't want to say really highlight but it's gonna be one of the important games Dubinsky Buja Buja rutscht ja dann durch die Beine und Aaron über diese Szenarien sollten wir noch nicht sprechen ich denke in der Liga sieht es ja sehr gut aus aber nur weil selbst wenn wir Meister werden heißt das ja noch nicht automatisch dass wir auch in der Regio kicken können ja that's maybe also good information for Hermann just because we win the league we will not go up there's gonna be games against one team from Bremen from Niedersachsen in Schleswig-Holstein so Türkei wechselt ich glaube sogar Doppelwechsel ist das Peking der da raus geht ich glaube es ist Peking der da raus geht der Torschütze auf der anderen Seite ja da sind sie noch achso 34 das ist also Serhat Sarac auch raus und reinkommen das müsste Jakmo sein mit der Nummer 17 Jakmo kommt rein und bei uns geht raus Pascal geht raus Rasmus geht raus Buja geht raus jetzt ist aber richtig viel los fünf Wechsel auf einmal da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen Prinz Hüttner kommt rein sehe ich da Selim sehe ich da also Selim Aikic und Minou Zimba Eggers kommen rein also jetzt der Dreierwechsel ich weiß noch nicht so genau was das jetzt taktisch bedeutet wahrscheinlich Buja gegen Zimba Eggers wahrscheinlich 1 zu 1 Wechsel auf der 6 das denke ich auch vorne der 1 zu 1 Wechsel mit Tobinski und Aikic und wahrscheinlich dann auf außen Prinz Hüttner geht auf die Position jetzt ist aber nochmal Chaos naja der Schuss aber der geht vorbei bei den Gästen raus war Serhat Sarac und Pekin ist raus Pekin also 34 und 15 wurde gerade nochmal von nebenan gefragt die müssen die Stadionsprechern auch immer noch so ein bisschen zuarbeiten aber dafür kriegen wir Pommes das ist ein fairer Tausch Kroschel probiert es wieder mit dem Tor des Jahres Versuch ja ich glaube der wollte einfach mal doll draufhauen dass der seine Muskeln mal benutzt jetzt hat er aber auch wieder was zu tun aber das kochen wir direkt ab wieder über Gedeon Bauer ja Willi geht hinterher aber bleibt dann stecken ja jetzt ist die Frage ist das irgendwie schon ist das jetzt irgendwie nochmal auch nochmal Spielzeit geben also ich glaube ja also ich glaube zum Beispiel bei einem Pascal auf jeden Fall der ist einfach sehr wichtig ich glaube das wird ihn geärgert haben der hätte auf jeden Fall gerne seine Gebude gemacht aber ich denke das ist auch die richtige Entscheidung bei dem Spielstand kann man das machen und es ist ja nicht so als wäre dann nicht auch Qualität auf der Bank ganz im Gegenteil ja da geht das durch zwei Mann durch Türkat war das aber dann der Schuss zu ungenau apropos sollte euch bei Fußball Day oder so die Bank ein wenig verwundert haben und ihr dann Namen wie zum Beispiel Jannik Petschke oder Lenny Glissmann vermisst haben die waren ich vermute mal dass sie im Stadion sind und zugucken aber die waren gestern gestern bei der zweiten im Einsatz in Norderstedt leider leider ging das mit 7 zu 1 verloren aber dafür haben sie letzte Woche gegen Tabellenführer HSV 3 gewonnen ja ja wenn wir die noch erwischen ich frage mich ob das ein Trost für die ist ich glaube die werden heute erstmal alle einen Hals haben ja bleibt da hängen Feli am Pofuß frei da kommt er nicht durch er sieht ihn aber der Ball kommt nicht an ja da war auch ein bisschen ein bisschen flach und schlapp und hoppelte dann rum ja bei Prinz Hüttner freut es mich aber auch weil der auch echt eine schwierige Saison hatte und dann auch noch verletzt war und so freut mich auf jeden Fall dass er ein paar Minuten kriegt und ich hoffe auch dass er noch zu ein zwei guten Aktionen kommt gerade eben war es ja schon mal ein ganz guter Start ja das wäre wichtig für ihn ich erinnere mich da was war das Spiel als er auch als Käpt'n aufgelaufen ist also am Anfang der Saison war das Tornisch oder so ich weiß nicht genau ja ich glaube da war er auch mit ja da lief es einfach noch nicht so richtig war noch ein Jain gespielt da war er glaube ich mit sich auch überhaupt nicht zufrieden ja ein bisschen Verletzungspech dann auch noch sei ihm auf jeden Fall gegönnt dass er wieder ein bisschen Zeit bekommt um auch wieder in den Rhythmus zu kommen so und gerade Schlickdown hat es gerade schon im Chat geschrieben guten Match Control ich finde auch wir machen das jetzt sehr souverän wir lassen den Ball laufen gehen kein riesiges Risiko ein aber very smooth hast du gelesen das ist das beschreibt es jetzt gerade man könnte wenn man böse ist vielleicht auch das wird jetzt easy zu Ende gespielt sagen jetzt kommt Steffen Nielsen noch für Veli Suleimani das freut mich sowieso immer und Veli auf jeden Fall da hat sich der Startelf-Einsatz absolut verdient gemacht das war heute eine richtig richtig gute Vorstellung von ihm hat mir auch sehr gut gefallen und Steffen Nielsen ich könnte mir vorstellen dass er jetzt da auf die Rechtsverteidiger Position geht Moritz Krosche im Prinzip einen nach vorne rutscht und Esra am Hof wo damit die Seiten wechselt dann noch von links kommt Emrah freut sich auf jeden Fall auch unser Stadionsprecher dass Steffen Nielsen da ist bei den Gästen ist Jakmur raus Jigit Jakmur und dafür reingekommen ist Muinsu Bachir Krosche bringt den Ball nochmal Ja Zimba Eggers kriegt ihn dann nicht ganz kontrolliert nicht perfekt kontrolliert eigentlich hätte er gut angenommen aber der Ball springt so paar Zentimeter zu weit weg und deswegen kann Türki noch klären aber gut gemacht von ihm hat mir gefallen ja schade dass er da noch den Fuß dazwischen bekommen hat aber wir haben ja noch eine Ecke ne ja und das ist jetzt wieder eine Grosche Ecke auf den ersten Pfosten Steffen kommt nicht ganz ran und Türki probiert es schnell zu machen aber auch zu ungenau das Gute ist mit so schnellen Tempo Gegenstößen vergiss es da vertrittst du dich da ist das Passspiel mit weniger ein bisschen sicherer gerade Seelim steht eben von hinten auf dem Fuß Schiri lässt weiterlaufen dann Luca hält da gut den Fuß dagegen jetzt machen wir es ganz sicher macht es hinten rum über Dennis Lohmann ja wir müssen ja auch nichts mehr machen hier wird gerade im Chat noch gewitzelt dass wir keine Wechselfehler machen sollen da Klock sonst Protest einlegt für die Leute die die Story nicht kennen da gab es um das Spiel bei Türki gab es da auf jeden Fall einige Querelen rechtlicher Natur da haben wir das Spiel gewonnen das wurde dann aber hinterher kurzfristig mal aberkannt wegen eines angeblichen Formfehlers vorab das ist mittlerweile durch alle Instanzen eigentlich durch sportgerichtlich und wir haben die Punkte dann am Ende bekommen ich habe es heute extra probiert ein bisschen zu umgehen weil ich das Gefühl habe es ist ein absolut leidiges Thema weil ich es immer schade finde wenn die Entscheidung nicht auf den Platz gefällt wird sondern vor irgendwelchen Gerichten ist sie ja jetzt aber am Ende eigentlich genau aber ja da ist das Ergebnis ja nochmal bestätigt worden das ganze hin und her da finde ich auf jeden Fall sehr anstrengend und bin einfach froh dass es jetzt am Ende die sportliche Entscheidung war aber ja naja aufpassen weil da kann ein falscher Haken kann dir sehr sehr viel Probleme bereiten das stimmt und naja also ich finde das keine wirkliche Rechtfertigung aber wenn es bei dir sportlich gerade auch wirklich nicht gut aussieht ja weiß nicht vielleicht fühlt man sich dann als Management auch dazu genötigt da jeden Punkt egal auf welchem Weg rauszuholen ich weiß es nicht Prinz Hüttner guter Kopfball guter Kopfball aber auch ganz gut gehalten ja nicht 100% Druck dahinter dann wäre es glaube ich noch schwerer gewesen aber wir haben auf jeden Fall die nächste Ecke und gut dass er es da versucht und trotz der fortgeschrittenen Zeit ist Altona noch nicht fertig offensichtlich Ambrosius der Ball rutscht irgendwie komisch durch aber am Ende können sie klären wir bleiben aber in Ballbesitz und bauen jetzt über Lohmann erstmal wieder auf und Mike Lohse sagt ganz große Klasse ich muss auch sagen es hat mir heute gut gefallen wie sich am Ende dann unsere Qualität durchgesetzt hat und wie wir keine wilden Sachen wir haben uns nicht auf irgendein komisches Kampfspiel mit 1000 gelben Karten eingelassen oder so oder haben irgendwie probiert dann aus der eigenen Hälfte drauf zu hauen ich glaube Schlicktauen hat es ja gerade im Chat nochmal dass da so eine sehr krasse Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte das weiß ich gar nicht ob ich da so 100% mitgehe weil der Anfang der ersten Hälfte war ja auch stark und in der zweiten da haben wir die Chancenverwertung die war auf jeden Fall besser aber ich finde auch nicht dass es jetzt in der ersten Halbzeit unfassbar schlecht also so wie du von Alza-Brüdern zum Beispiel sprichst den Eindruck hatte ich jetzt überhaupt nicht das stimmt das war auf jeden Fall anders aber ich fand trotzdem haben wir in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall eine Schippe drauf gelegt und gerade als es dann so kurz angefangen hat zu regnen dachte ich so oh oh jetzt kann es in so einer richtigen Schlammschlacht irgendwie ausarten aber ich finde da haben wir echt einen kühlen Kopf bewahrt haben weiterhin Fußball gespielt und haben einfach unsere Chancen uns erarbeitet und die sind ganz automatisch gekommen by the way ihr seht es gerade nicht so richtig gut auf dem Bild aber es hat wieder kräftig angefangen zu schütten also mein Wetterbericht von vorhin mit regnet mal länger dann hört es länger auf und dann nochmal kurz hat gestimmt also ich bin der bessere Wetterfrosch von uns beiden glaube ich und Steffen Nielsen hat heute auf jeden Fall auch nochmal den Arbeitsbeweis erbracht und sein Trikot dreckig gemacht da lohnt sich die Wäsche heute auf jeden Fall auch nochmal das ist ja auch der Grund warum wir weiße Hosen haben dass man hinterher so ein bisschen gucken kann wer sich auch richtig reingehauen hat und wer nicht so ja du musst ja gleich noch mit der Kamera auf den Platz und Luft die auch also ihr könntet ja auch nochmal einen Arbeitsbeweis bringen ich habe zum Glück keine weiße Hose ja das sieht man trotzdem glaube ich ja vielleicht mal schauen ob ihr überhaupt auf den Platz gehen könnt oder ja aber wenn es unsere Kamera ist nicht so richtig regenfest und wenn es so richtig regnet dann ist es immer so ein bisschen doof aber es sind ja auch noch ein paar Minuten zu spielen wer weiß ansonsten ja da gibt es noch den Freistoß für uns verlegen wir es unter die Tribüne ist auch kein Problem Habt ihr im Chat noch einen Wunsch für ein Interview gibt es irgendeinen Interviewgast den ihr unbedingt haben wollt irgendeinen der heute sein Comeback gefeiert hat wie zum Beispiel Pritz Hüttner oder vielleicht Tobinski der heute die Buden vorne gemacht hat oder ein Weli der ein starkes Spiel gemacht hat den hätte ich mir gewünscht also ich weiß nicht ob ich mitwünschen darf aber Bauer rutscht vorbei aber der ist auch noch zwei Meter weiter gerutscht aber es war anscheinend auch abseits er pfeift überpünktlich ab oder sehr sehr pünktlich Altona 93 gewinnt 5 zu 1 gegen Türki am Ende hochverdient stabil gemacht und souverän gewonnen würde ich sagen absolut Doppelpack Tobinski Bauer Soleimani und Zidia sorgen für die Tore jetzt werden euch Aaron wird euch gleich die Bilder liefern Pilke natürlich auch noch von oben und Luft die wird gleich ein paar Interviews machen ich gucke noch mal ganz kurz habt ihr noch Wünsche geäußert nein glaube nicht dann schicke ich die jetzt einfach mal los und wir lassen uns überraschen was passiert ich verabschiede mich an der Stelle sage vielen vielen Dank fürs Zuschauen es hat wie immer Spaß mit euch gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Heimspiel bis denn Heimspiel 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Guckt auch bei Social Media. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.